Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Dead by Daylight Video. Es ist Weihnachten, von daher fröhliche Weihnachten, genießt die Feiertage, lasst euch schön beschenken. Und wir wollen heute unsere Mitkollegen, unsere Survivor-Kollegen beschenken. Da ist schon mal ein Schlüssel, zack, legen wir den da hin. Ich hab Parks drauf, damit ich halt viele Sachen aus dem Truhen bekomme. Und ich hoffe, dass ich dir ein Mann an die Frau bringen kann. Medikit, okay. Komm, legen wir ab. Oh, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. So eine Flashlight, das wäre das Geiles. Ah, die schenke ich keinem, die schenke ich mir. Juhu, yes. Oh mein Gott, das Glück, ey. Okay. Ein bisschen spielen müssen wir tatsächlich auch. Wie soll ich den da beschenken? Der klatscht meine Kundschaft hier oben. Vielleicht legen wir mal ein Flashlight-Safe hin. Komm, jetzt. Nein, war das zu früh? Entschuldige. Komm, heimat dich schnell. Hopp, hopp, hopp. Oh Gott, dieser Schrei. Komm, lass uns abhauen. Ich will nicht in der Nähe von der sein. Oh, da kommt der Demogorgon. Na, Kollege, wo geht's lang? Äh, okay. Gut. Das Jungle Gym verwirrt mich aber auch immer. Oh, ich seh ihn überhaupt nicht mehr. Oh, ich glaube, der geht weg. Okay, machen wir weiter. Soll mir recht sein. Sag ich ihm nein. Wir haben immer noch kein Item verschenkt. Kommt mit. Kommt mit. Nein, jetzt kommt der her. Esch haben wir schon verloren. Er hat kein Item von uns bekommen. Claudia, ja, du läufst in die richtige Richtung. Da ist was. Komm, lauf genau. Nein, weiter rechts. Oh, ich glaube, sie läuft hin. Sie läuft hin. Ja, wirf die Palette. Genau. Und da ist ein Schlüssel. Oh, oh, sie hat ihn gesehen. Juhu. Nein. Die Luke ist hier. Ah, nee, kann ich nicht blenden. Der Hasier hat ja mir die Kit abgelegt und hat den Schlüssel geholt. Endlich. Oh Gott, ich bin viel zu gehypt, weil sie das jetzt geholt hat. Nein. Oh mein Gott, nein. Oh, ich hasse das Jungle Gym. Ich laufe überall dagegen. Demogorgon, ich will mich da nur freuen. Nein. Oh Mann. Komm, selbe mich. Und dann gehen wir direkt zur Luke. Nutzt dieses Geschenk von mir, Claudette. Da ist die Luke. Komm. Nicht mich heilen, Luke. Dankeschön. Nice. So, ich habe mich jetzt mal in Santa Claus umbenannt, dass die Leute, beziehungsweise die Killer auch checken, dass ich ein Weihnachtsmann bin und mir nicht so aggressiv gegenüber treten. Mac, was machst du denn, Mac? Ich habe doch im Chat eben geschrieben, dass keiner an die Kisten soll. Ey, Mac. Fuck off. Leute. Böse Survivor werden bestraft von mir. Die kriegen keine Geschenke. Die hat sich jetzt einfach ein Geschenk geholt. Ich meine jetzt kracht, dass der Killer kommt. Nee, nicht schon mit mir. Ah, Mac. Das kannst du knicken. Such a naughty girl, ey. Das geht gar nicht. Komm, Killer, komm her. Die hat sogar noch okay geschrieben gehabt. Nee, ich halte dich nicht. Geh weg. Geh weg. Oh, das macht mich wütend. Da will man Leuten was schenken. Hat sogar nur noch Perks drauf, die euch helfen. Und dann sowas. Geh weg. Kusch, kusch. Nein. Oh Gott, sie hat mich 3-6-Seed. Jetzt hat schon wer disconnected. Todesbote. Schieß bitte die Mac ab. Geh nicht auf den Santa Claus. Mein Gott, der aggressive Typ da. Doch nicht auf mich. Seht ihr? Er schießt nur auf mich. Sie läuft runter. Da holt sie. Hol die da. Oh, war ja so klar. Ja, ja. Kannst du teabacken. Ich krieg dich noch, Mac. Don't worry. Ich weiß nicht, ob er hoch geht. Wir gehen lieber mal in den Raum rein. Da ist die blöde Mac. Nee, nee, nee. Was? Oh Gott, der kommt von da. Nein, sie will mich jetzt blocken. Ha! So ist das. Karma, Bitch. Öffne nicht die Drohnen von Santa Claus. Ha! Ja, komm du an den Haken, du böses Mädchen, ey. Oh, sie will sich, sie tötet sich, oder? Ja, sie tötet sich. Komm, ja, komm, tötet dich. Das ist Karma. Sorry, aber da bin ich auch mal böse. Die wollte mich halt komplett foppen. Und da ist sie weg. Sehr schön. Die Runde kann man zwar aufgeben, aber wenigstens habe ich die rausbekommen. Oh Gott, so ein Tryhard-Nurse. Man will da nur Geschenke hinlegen für die Kollegen. Komm, hier, heutzutage gar nichts. Keiner respektiert den Santa Claus hier. Es geht, es ist grauenvoll. Komm, breiten wir mal die Geschenke aus. Oh, ich glaube, oh, nee, der ist über uns gestorben. Komm, komm, schnell in den Schrank. Leise. Da ist sie. Die hat das bestimmt gehört. Nein, lösch. Ich bin doch nur Santa Claus. Ich will die doch. Da, hier. Guck, Geschenke für dich. Da, komm. Komm, ich bring dir die Karte. Hier, für dich. Da kriegst du doch eine Kiste. Hol. Nein. Hexe. Grauenvoll. Ey, es ist echt nicht leicht, Leuten was zu schenken. Ah, Freddy. Wenigstens keine Nurse. Jetzt gehen wir hin. So, wir machen jetzt, denke ich, einen Lieferservice. Weil die Leute kommen es eh nie abholen. Und ich weiß, dass hier irgendwo Leute sind. Warte, das war hier rechts. Ja, das war hier rechts. So, wir bringen das jetzt an den Mann, an die Frau. Kate. Hier. Ruhige Weihnachten. Ha. Wuhu. Nächste Person glücklich gemacht. Gut, die Karte noch. So, komm. Will die Leute hier happy machen. Ja, Jake. Du musst jetzt erstmal warten. Da sind erst die Ladies dran. Ladies first, ja. Da ist doch noch wer. Ja, da ist die Meg. Meg. Guck hier. Fröhliche Weihnachten. Nein, Kate. Du hast schon fröhliche Weihnachten. Nein. Na gut, sie holt ihr Medikit wieder. Ja, sie hat's geholt. Sie hat's geholt. Ach, schön. Ja, die bedanken sich. Ah, das ist doch schön. Dann befreien wir uns kurz mal vor diesem Albtraum. Haben das Ding direkt da. Und dann geht's weiter. So, komm. Was gibt's denn Schönes? Karte. Ja. 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 Sacklaus in Ruhe. Gott. Ich booste Animals da überall. Statt mich einfach Kisten öffnen zu lassen. Ich mach doch gar nichts Produktives hier. Ah, ich glaub, der ist nicht mehr an mir dran. Da können wir noch, äh, die Kisten noch einmal durchlooten. Ja, wenn die Karte nicht so blöd im Weg liegt. So. Jetzt. Komm. Nein, ich... Hier, Helly nur. Ich blende ihn nicht. Irgendein Totem ist weg. Geh mal da durchs Fenster. Er ist, glaub ich, nicht mehr an uns dran. Ne, da ist ne Mech. Der ist an der Mech dran. Geh mal befreien. Wir sind jetzt produktiv. Ah, ja, da ist der böse Kerl. Direkt schon wieder ein Arcade dran. Okay. Vielleicht können wir einen Haken sabotieren. Das wär natürlich nice. Komm, 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 komm. Yes. Noch ein, der läuft einfach durch. Wo ist da noch was? Wo ist da noch ein Haken? Nein, hier in dem Baum ist noch einer. Nein. Will doch nur behilflich sein. Komm, da durch. Ja, schwing, du wilder Kerl, ey. Komm. Sie wurde schon wieder befreit. Er geht weg. Ja, er geht wieder zurück. Wir gehen mal in Jen, oder? Ja, komm, 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 komm. Oh, hey, Kate. Komm, heil ich dich. Ey, sie hat, sie hat losgelassen. Oh, der ist da. Komm, hitt mich. Ja. Nicht, dass du auf die Kate gehst. Okay. Ich glaube, da ist schon wieder der Kate hinterher gegangen. Gehen wir mal da durch die Blutpfütze, dass sie weg ist. Okay. Dann stört die uns nachher nicht. Und, äh, machen wir einen Haken kaputt, ne? Ja, da kommt er wieder, war ja klar. Oh Gott. Okay, der geht links rum. Oh, nice move. Schön rückwärts gegangen. Bin ich komplett drauf reingefallen. Hat er gut gemacht. Chapeau. Ja, weißt du, bist du fast tot. Die haben mich einfach nicht befreit, ey. Erstmal am Hook fast gestorben. Ja, geliehene Zeit. Aber der Typ ist schon wieder da. Das einzige Positive, was wir jetzt noch machen können für unsere Mitsurviver, da wir eh bald tot sind, diesem Freddy da zu werfen. Ja, schwing du Bengel, ey. Ja, wir halten den jetzt ein bisschen auf. Für mindestens zwei Gens will ich es hinbekommen. Dumbtack. Zack. Er hat geschwungen. Sehr schön. Kommen Sie mit, Freddy. Ja, kommen Sie mit. Jetzt mache ich keine Kisten mehr auf. Jetzt spiele ich mit dir. Oh Gott. Das schaffe ich nicht, dass wir uns... Wir täuschen uns an. Oh, der ist gedouble-backed. Oh mein Gott. Freddy! Oh Gott, ich laufe gegen Kisten. Die werfe ich. Ja. Der will da seine Pfützen platzieren. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Es wird schwer. Da er keine Fake-Paletten hat, sondern diese komischen Blut-Pfützen. Hat er mich verloren? Oder macht er wieder ein bescheuertes Mind-Game, dass ich mich checke? Nein, das war ein Mind-Game. Okay. Okay, Freddy. Was willst du machen? Was willst du machen, Kollege? Schwing! Yay! Booster-Typ! Ich halte dich auf. Glaub mir. Ich halte dich auf. Die werfen wir. Zack. In your face. Die sind halt jetzt gerade ein bisschen geslowed. Er macht sie kaputt. Gott sei Dank. Die haben immer noch keinen Gen gemacht, Leute. Wie lange spiele ich gerade schon mit dem? Was macht die denn? Was soll ich noch machen? Ich halte ihn doch schon total lange auf. Ja, das Fenster kommt. Zack. Ja, macht wieder eine Pfütze hin. Ja, endlich einen Gen. Ja, jetzt haben sie zwei gemacht. Perfekt. Okay, die muss ich werfen. Kommt. Sehr schön. Oh Gott. Der macht es mir echt schwer. Das ist richtig verrückt nach mir. Aber ich darf ihn nicht gehen lassen. Die können da oben die Gents fertig machen. Da, komm. Komm her. Komm sie her, Freddy. Ja, mach es kaputt. Wir gehen wieder zum Killer-Check. Bleib du schön bei mir. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Mein zusätzliches an die Survivor-Kollegen. Okay, da gehen wir einfach durch. Straight. Komm. Zack. Sind wir jetzt kurz verlangsamt. Oh, er ist außen rum gegangen. Okay. Trick 17. Komm. Trick 17. Wuhu. Wuhu. Hä, warum bin ich da reingelaufen? Ich war doch dran vorbei. Nein. Okay, Leute. Mehr konnte ich nicht machen. Denkt dran. Ihr habt jetzt gesehen, wie schwer Santa Claus hat. Also jammert nicht, wenn ihr nicht das Geschenk bekommt, was ihr eigentlich haben wolltet. Freut euch über die Geschenke, die ihr kriegt. Genießt die Festtage. Und ich freue mich auf das nächste Jahr. Auf viele coole Streams und viele coole Videos. Macht's gut. Ciao.